heute ich zocke SSB 3 Test und ja und ja ich hab noch nicht das Training gemacht extra weil mir fehlt noch der Meilenstein fürs Training wegen Erziele im Training Combo von 10 oder mindestens 10 irgendwie sowas halt um ich bin Törtelwitzel um jedenfalls ja ich meine wenn ihr euch jetzt denkt wofür mache ich dann die die und der Konferenz jeder drauf und so und keine Ahnung bezüglich wegen wie man das leicht hinbekommt mit den Combo mit den 10er Combo zumindest 10er Combo jedenfalls macht ihr einfach so Morgenröter also ich meine halt ja eh Morgenröter Autox Eck hui ja jedenfalls und dann Feuer frei 10 combo 22 halt anbinden dort n halt da Somit halten wir die 22er Combo gerade und wie ihr gerade seht mein Stein fertig von der Liste 1 Superstern passt Liste 2 wurde freigeschaltet cool passt ok passt passt ok passt 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 oh cool passt 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 Post 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 Uff Wow Liste 3 Okay Post 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 Wow So lange schon noch Anikus, Post Okay, wir scheinen Ähm, ja Anikus ist jetzt geschafft Wow Schauen wir mal Ähm, da ist Erzähl ein Street Smash mindestens 20 K.O.s durch Konto Okay Erzähl ein Street Smash mindestens 10 K.O.s, indem du Gegner in andere Gegner schulst Cool Zerstörch im Trophäen rausch 1000 Kisten Erzähl im Training einen Combo Wert von mindestens 40 Da scheue ich da mich das auf Aber irgendwie bekommt das Sinn Ähm Gewinnet das Finale des Matchanteuers mit 5 oder mehr Charakteren Triff in Street Smash auf 5 Gegner Nehmt 15 oder mehr Charakteren am Home Run Wettkampf teil Als Stelle 8 oder mehr Mie-Campfer im Charakterstudio Okay, passt Ich hab eh einige Mies hier in der Mie-Lobby Dann wird überlegen halt welche ich da zu Charakteren mache Fallen mir schon pein Ähm, ja Ähm, da hätten wir erziele 1000 Chaos Gewinne mit 1 Charakter das Finale des Matchanteus Das wird einiges, also Ja Zerstörch im Trophäen rausch 3000 Kisten Erzähl im Home Run Wettkampf mindestens 15.000 Meter als Summe aller Rekorde Ja, sollte ich hinbekommen Derzeit liegt's bei 2000 Meter So was glaub ich was ich derzeit hab Und das mit 4 oder 5 Charakteren nur dabei Da ich mindestens 400 hab Und bei Donkey Kong 609 Meter fast ungefähr Ähm, ja Spiele Scheinbomber mit allen Charakteren Ja, okay Erziele im Training einen Combo-Wert von mindestens 100 Das wird was, also 100 Ja, dann schau ich dann nicht, dass ich das dann hinbekomme Meistritt 10er Smash Solo mit 1 Charakter Wird auch was Lauf insgesamt mindestens 50 Kilometer mit allen Charakteren Ja, erziele 50 oder mehr Punkte im Gegner Smash Erziele im Training einen Combo-Wert von Also, ähm, erziele im Training einen Combo-Wert von mindestens 400 mit allen Charakteren Ähm, warte, erziele im Training einen Combo-Wert von mindestens 400, ähm, wenn ich mit der Morgenröte 22 hinbekomme, äh, 20 Charakteren an sich schon wären schon, ca. 440 Mit 20 Charakteren, äh, oder? Ja, sowas ungefähr, ja, keine Ahnung Ähm, meistere 100er Smash Solo mit allen Charakteren Meisterröten Oldstar-Modus mit 15 Charakteren Erziele 4 oder mehr Chaos in einen Kampf im Brutalus-Match, wow Ähm, jedenfalls Leute, ja, ich hab noch Hammer Aber Ne, kann man nicht wechseln Aber ich verwende die eh nicht Schauen wir mal Juhu Ja, jedenfalls Hammer Hammer Goldhammer Kann man nicht verwenden, wenn ja man schon das geschafft hat Also, die Goldhammer kann man nicht verwenden, wenn man es schon geschafft hat, ja Was Eh passt, was ich eh auch eigentlich weiß, aber Wollte so halt Umdrücken Aber, ja Na, jedenfalls, ja, aber Ich versuche bei den ganzen Meilensteinen Ohne Goldhammer auszukommen Also So Hab das halt da Nicht verwendet halt Dass die halt da so schön seitlich sind und, ja Passt Wo Cool 4und 30 verschiedene Orten Orte gibt Cool Passt Ja Geht's vielleicht auch Ein Meilenstein für alle Stages Keine Ahnung, da jetzt der Gott sich nichts getan hat und so, denke ich mal Vermutlich nicht abmachen Ok Tschau Leute Ja 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 Ja